Was ist Auslegungspredigt? Ein Schnellkurs anlässlich des Jugendtages des Malachi-Kreises. In Kalifornien, genauer gesagt in Los Angeles, in dem Stadtteil Panorama City, läuft zurzeit ein Krimi der Kirchengeschichte. Im Mittelpunkt dieses Krimis steht die Grace Community Church, deren Pastor John MacArthur weltweit bekannt ist durch seine Bibelkommentare, durch seine Predigten, die über YouTube zum Beispiel verfolgt werden können. Diese Gemeinde sendet hunderte von Missionaren in alle Welt aus und unterstützt sie dort und ist auch bekannt geworden durch die berühmte Studienbibel, die mit Anmerkung von John MacArthur ausgestattet wurde. In Kalifornien wurde im Zusammenhang der Corona-Krise der Lockdown in ähnlicher Weise verfügt wie bei uns in Deutschland. Und das erste Versammlungsverbot für die Gemeinden dort galt für April und Mai in diesem Jahr. Dabei war immer vorausgesetzt worden, dass die neu erlassenen Regelungen zeitlich befristet sind und dann schrittweise gelockert werden. Und so konnten dann im Juni und zu Beginn des Juli Gottesdienste unter besonderen Maßnahmen wieder stattfinden. Aber dann wurde fast wie aus heiterem Himmel eine erneute zweite Sperre im Juli erlassen und diese zweite Sperre war deshalb so prekär, weil sie unbefristet jegliche Durchführung von Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen in Kalifornien verboten hat. Und nun reagierte die Grace Community Church vor allem deshalb, weil die medizinischen Rahmenbedingungen diesen erneuten Lockdown, der nun noch radikaler vollzogen wurde gegenüber den Kirchen als der erste, weil die medizinischen Rahmenbedingungen diesen Lockdown in keiner Weise rechtfertigten. Und die Grace Community sagte, das kann so nicht richtig sein. Am 26.07. hat John MacArthur dann in dem Gottesdienst, wo sie zum ersten Mal nach diesem zweiten Lockdown öffentlich Gottesdienst gefeiert haben, auch noch einmal die medizinischen Fakten in Erinnerung gerufen. Er sagte, dass Kalifornien zurzeit 8.300 Todesfälle habe, das ist die Information vom 25. Juli, von Leuten, die mit Covid gestorben seien. Aber damit sei noch lange nicht klar, wie viele von denen wirklich an Covid gestorben wären. Und er hat dann die Todesrate sich ausrechnen lassen und gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand daran sterben würde, betrage 0,02 Prozent. Also 99,98 Prozent der Leute werden an diesem Coronavirus aufgrund des aktuellen Zahlenmaterials nicht sterben. Und die Hälfte derer, die gestorben sind, waren älter als 80 Jahre. Und dann präsentierte er im Vergleich zu diesen 8.300 weitere Sterbezahlen aus Kalifornien. Jedes Jahr sterben in Kalifornien zumindest im letzten Jahr 270.000 Menschen. Jährlich, sagt man, in Kalifornien. Von der Statistik her 66.000 an Herzkrankheiten, mehr als 60.000 an Krebs, 16.000 an Schlaganfall, 16.000 an Alzheimer, 10.000 an respiratorischen Krankheiten. Und dann fügte John MacArthur in seiner Predigt am 26.07. die Information hinzu und sagte, der häufigste Todesgrund im Staate Kalifornien ist die Abtreibung. 364 Abtreibungen täglich. Das heißt, jedes vierte Kind wird abgetrieben. Das heißt, jedes Kind hat eine 1 zu 4 Chance, in Anführungsstrichen im Mutterleib umgebracht zu werden. Und er fügte hinzu, Kalifornien hat mehr Abtreibung als jeder andere Staat. Und was bedeutet es dann, wenn wegen einer Sterberat von 0,02 Prozent oder wegen 8.300 Personen, die mit Covid sterben, radikal das Gottesdienstleben in dieser Weise beschnitten wird? Und nun ging diese Gemeinde in dieser Situation mutig voran. Und derjenige, der als Frontmann die Hauptlast dabei zu tragen hat, ist John MacArthur. Er ist es, der auch zahlreichen Fernsehsendungen, Interviews gegeben hat in den letzten Tagen. Und der erläutert hat, warum werden wir uns diesem Verbot so nicht beugen können? Die Stellungnahme von John MacArthur und sein Gemeindeältest liegt inzwischen in deutscher Übersetzung vor. Ihr könnt das über meine Homepage, wolfgang-nestvogel.de herunterladen. Und in dieser Erklärung wird noch einmal deutlich begründet, warum die Gemeinde unbedingt Gottesdienst feiern muss. Da heißt es, obwohl die zivile Regierung mit göttlicher Autorität ausgestattet ist, um den Staat zu regieren, gewährt ihr kein Bibeltext, die Rechtshoheit über die Kirche. Gott hat drei Institutionen innerhalb der menschlichen Gesellschaft geschaffen, die Familie, den Staat und die Kirche. Und jede dieser Institutionen hat ihren eigenen Aufgabenbereich. Und weiter schreiben sie, Gott hat den irdischen Machthabern keine Autorität über die Lehre, die Praxis oder die Gestalt der Gemeinschaft in der Kirche verliehen. Als Pastoren und Älteste können wir den staatlichen Autoritäten keine Zuständigkeit oder keine Vollmacht zugestehen, die allein Christus als Haupt seiner Kirche gehören. Pastoren und Älteste sind diejenigen, denen Christus die Pflicht und das Recht gegeben hat, seine geistliche Autorität in der Kirche auszuüben. 1. Petrus 5, Hebräer 13, 7 und 17. Und allein die Schrift definiert, wie und wem sie zu dienen haben. 1. Korinther 4, 1 bis 4. Ich empfehle sehr, sich diese Erklärung einmal im Gesamten durchzulesen. Das heißt, wir ordnen uns dem Staat unter in dem Bereich, in den Grenzen, die das Wort Gottes definiert. Aber wir ordnen uns dem Staat dort nicht unter, wo er in ein fremdes Amt eingreift und in unzulässiger Weise Einfluss auf die Kirchen zu nehmen versucht. Weil das Wort Gottes uns dazu drängt. Wir werden vom Wort Gottes geleitet und wir sind diesem Wort Gottes verpflichtet. So ist John MacArthur mit seinen 81 Jahren der führende Sprecher dieser Bewegung. Und wenn man sich seine Lebensgeschichte anschaut, die etwa Ian H. Murray beschrieben hat in dieser kurzen Biografie zu John MacArthur, dann wird deutlich, dass er vor 50 Jahren schon genau denselben Schwerpunkt gesetzt hat, als er in derselben Gemeinde dort in dieser Grace Community Church seinen Dienst begann. Vor mehr als 50 Jahren, da hat er genau diesen Schwerpunkt gesetzt und gesagt, wir müssen dem Wort Gottes den absoluten Vorrang in der gesamten Gemeindearbeit und in allen unseren Entscheidungen geben. Und deswegen war eine seiner wenigen Bedingungen, als er diese Stelle dort angetreten hatte mit 80 Jahren, Entschuldigung, mit 30 Jahren, also vor 50 Jahren, jetzt ist er 81, war eine seiner wenigen Bedingungen, dass die Gemeinde ihm 30 Stunden in der Woche zur Verfügung stellt, um gründlich das Wort Gottes zu studieren und die Predigten vorzubereiten. Und dann hat er 50 Jahre lang mit dieser Überzeugung gearbeitet, treu und beständig. Und jetzt im 51. Jahr stellt Gott ihn noch einmal an die Spitze eines solchen geistlichen Kampfes und einer solchen theologischen Auseinandersetzung. 500 Jahre vor uns, 500 Jahre vor John MacArthur, steht ein anderer junger Mann in einer speziellen Herausforderung. Er muss vor dem Reichstag zu Worms erscheinen, 1521, weil er sich berufen hat auf die Heilige Schrift und weiter gesagt hat, wir müssen Gottes Wort mehr gehorchen als allen kirchlichen und weltlichen Machtinstitutionen. Damals stand der Papst für die Macht der Kirche und der Kaiser für die Macht der Welt. Und dieser Mönch, Sie wissen, es war Martin Luther, ist gewissermaßen den Mächten von Kirche und Welt entgegengetreten, beziehungsweise den Mächten einer angemaßten Kirche und Welt entgegengetreten, allein unter Berufung auf die Heilige Schrift. Als er dort in Worms vor dem Reichstag stand im April 1521 und wusste, dass es für ihn um Kopf und Kragen geht und als er befürchten musste, wie Johann Hus 100 Jahre zuvor hingerichtet zu werden, da hat er persönlich bekannt und den Grund genannt, warum er hier steht und nicht anders kann. Er hat gesagt, es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Schrift oder durch klare Gründe der Vernunft überführt werde. Und mit Gründen der Vernunft meint er, mit vernünftigen, plausiblen Ableitungen aus der Heiligen Schrift. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftstellen und ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Daher kann und will ich nichts widerrufen, da es weder sicher noch recht ist, gegen das Gewissen zu handeln. Und er meint hier gegen ein Gewissen, das gegründet ist im Wort Gottes. Sie hören einen ähnlichen Geist sprechen, sie hören eine ganz parallele Begründung aus diesem Statement Luthers in Worms zu dem Statement der Grace Community Church im Jahr 2020. Und ich denke, die Parallelen dieser beiden, wenn man das so sagen darf, zwischen diesen beiden Heroes der Kirchengeschichte sind offenkundig. Sie haben ihr volles Vertrauen in die Bibel und ihre Durchsetzungskraft gesetzt. Sie widmen ihr Leben einem intensiven, regelmäßigen Studium der Bibel, oft bis an den Rand der körperlichen Erschöpfung. Sie praktizieren einen lebenslangen Einsatz für die Auslegungspredigt. Sowohl Luther als auch John MacArthur verstehen sich in allererster Linie als Prediger. Sie sind bereit, sich mutig zu dieser gepredigten und im Wort Gottes allein gefundenen Wahrheit zu bekennen, auch gegen massive Widerstände und Bedrohungen. Wir wissen, Luther wurde für vogelfrei erklärt und sein Landesfürst Friedrich der Weise hat ihn deshalb auf die Wartburg entführen lassen, um sein Leben zu retten. Und bei MacArthur war es noch nicht so dramatisch, dass man ihn für vogelfrei erklärt hätte. Aber immerhin hat der Staat bei der Darstellung der möglichen Maßnahmen auch gesagt, ja, man könne der Gemeinde Wasser und Strom sperren und man könne auch John MacArthur ins Gefängnis sperren. Und beide, sowohl Luther als auch MacArthur, haben über viele Jahrzehnte der eine und über viele Jahrhunderte hinweg nun der andere eine starke Ausstrahlung weit über den Rahmen ihres Predigtortes hinaus erzielt. Sie haben die Inhalte ausgebreitet in einem großen Radius. Beiden ist es von Gott geschenkt worden, dass sie viele Christen stärken und ermutigen konnten. Und will man das Geheimnis dieser beiden Männer, das Geheimnis von Luther und das Geheimnis von John MacArthur auf den Punkt bringen, dann ist es in diesem einen Wort getroffen, das uns hier beschäftigt. Auslegungspredigt. Expository Preaching. Martin Luther war ein Auslegungsprediger zuallererst und John MacArthur ist es in gleicher Weise. Vielleicht hat sich ja mancher gewundert und gesagt, was soll das Thema Auslegungspredigt als Seminar mit einem Jugendtag zu tun haben? Was hat ein solches Thema im Rahmen eines Jugend-Online-Meetings zu bedeuten? Was hat es da für einen Sinn? Ist das nicht eher ein Fall für theologische Spezialisten, für Gemeindeleiter, für Pastoren, für Theologiestudenten? Meine Meinung ist, dieses Thema passt nirgendwo besser hin, als auch auf eine Jugendveranstaltung. Nehmen wir das Beispiel von John MacArthur. Nach 50 Jahren, 50 Jahren, nachdem er seinen Dienst in der Grace Community Church begonnen hat, ist er noch immer auf derselben Spur. Mit 81 kämpft er vielleicht in dem größten theologischen Kampf, in dem er bisher gekämpft hat, obwohl es davon viele gab. Und er hat in einer seiner Äußerungen während der letzten Tage gesagt, ich denke manchmal, dass Gott mich für diese Stunde gemacht hat. Und jetzt stell du dir das mal vor, du, der du im Rahmen dieses Jugendtages in dieses Video hineinschaust. Was wird in 50 Jahren sein? 50 Jahre weiter. Welche Wirkung willst du mit deinem Leben in dieser Welt hinterlassen? Vorausgesetzt, dass Gott dir diese 50 Jahre schenkt. 50 Jahre lang dem Herrn dienen mit einem klaren Auftrag. 50 Jahre lang deinen Mitchristen Orientierung geben, durch die Wahrheit, die du in Gottes Wort findest. Dazu musst du ja nicht unbedingt Pastor werden oder hauptamtlicher Mitarbeiter oder Gemeindeleiter. Aber wenn du einen Hauskreis leitest, wenn du im Kindergottesdienst Verantwortung übernimmst, wenn du in der Gemeinde eine Bibelgruppe übernimmst, wenn du im Rahmen deiner Studentenarbeit Vorträge hältst, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du zu allen Zeiten deines Lebens nach Möglichkeiten suchen, sein Wort besser zu verstehen und seine Wahrheit an andere weiterzugeben. Und deswegen kannst du das Thema Auslegungspredigt gar nicht früh genug auf die Agenda deines Lebens setzen. Und wenn das beim Jugendtag geschieht, umso besser. Man könnte sagen, je früher deine 50 Jahre anfangen zu laufen, umso besser. Vielleicht werden ja sogar 70 daraus. Und wir wollen dir mit diesem Seminar eine knappe Skizze an die Hand geben, was Auslegungspredigt eigentlich bedeutet. Und warum Gottes Wort uns diese Art der Verkündigung so besonders ans Herz legt. Hier noch einmal John MacArthur. Links oben die Grace Community Church. So wie der Gouverneur von Kalifornien sie am liebsten sehen würde, nämlich gelehrt. Und rechts unten John MacArthur vor seiner Zuhörerschaft. Also versuchen wir ein Kurzporträt Auslegungspredigt. Ich stelle es unter das Thema die große Schatzsuche. Die große Schatzsuche. Und wir wollen in den nächsten Minuten fragen, erstens nach der Basis der Auslegungspredigt. Dann sehen wir zweitens auf das Herz der Auslegungspredigt. Und fragen dann drittens nach dem Ziel der Auslegungspredigt. Die Basis, das Herz, das Ziel. Die Basis der Auslegungspredigt verhandeln wir unter dem Motto, der verborgene Schatz. Inwiefern hat Auslegungspredigt mit einem verborgenen Schatz zu tun? Da gibt es die Geschichte von einem Offizier, der um eine Prinzessin warb. Sein Geschenk, das er durch Boten überbringen ließ, macht auf den ersten Blick nicht gerade einen guten Eindruck. Zunächst war es nur eine große, unansehnliche Kiste. Als er die Kiste aufschnürte, kam eine kleinere Kiste zum Vorschein. Aber die sah auch nicht besser aus. Sie war wiederum eingepackt, sodass sich darin eine zerkratzte Kanonenkugel befand. Also jetzt war die Prinzessin endgültig verärgert. Sie warf die Kanonenkugel wütend auf den Boden, wobei diese zersprang. Und zum Vorschein kam eine kleinere Kugel aus Silber. Nachdenklich geworden drehte die Prinzessin das Gefäß in ihren Händen. Was wohl der Mann, der ihr das geschickt hatte, ihr damit sagen wollte? Und dabei zerbrach die Silberkugel in zwei Hälften. Und zum Vorschein kam eine kleine, goldene Schatulle. Atemlos öffnete die Prinzessin den komplizierten Verschluss. Und da lag auf goldenem Samt ein kostbarer Ring mit blitzenden Diamanten. Und dabei ein gefalteter Zettel, auf dem die drei berühmten Worte standen. Ich liebe dich. Das war die Botschaft. Das Geheimnis der Auslegungspredigt ist ein Schatz. Ein Schatz, dessen Wert alle anderen Schätze übertrifft. Gott hat wirklich gesprochen. Gott hat sich und seine Absichten offenbart mit klaren Worten. Aber dieser Schatz ist ein verborgener Schatz. Es ist ein Schatz, verborgen zwischen zwei Buchdeckeln, die manchmal etwas ansehnlicher, aber meistens nicht besonders spannend aussehen. Auf den ersten Blick also völlig unansehnlich, dieser Schatz. Man kann die Bibel in eine große Bücherwand hineinstellen, in ein Regal, in dem viele andere Bücher stehen. Und man wird ihren Buchdeckel gar nicht unterscheiden können. Die Bibel kann dort untergehen, in einem großen Bücherregal. Sie ist äußerlich unauffällig, wie das Paket des Offiziers. Und deshalb kann man diesen Schatz leicht übersehen. Man kann ihn links liegen lassen. Ein verborgener Schatz, der sich in diesem Paket eingewickelt findet. Und dieser verborgene Schatz ist eine Botschaft. Es ist eine Botschaft, die sich in klaren Worten ausdrücken lässt, bei denen kein Zweifel zurückbleibt. So wie in der Geschichte bei der Prinzessin keine Zweifel zurückblieben, warum man ihr dieses Paket geschickt hatte. Die drei großen Worte. Und wisst ihr, genau das war die Wiederentdeckung der Reformation. Dass sie begriffen haben, die Bibel enthält einen Schatz, der ist klar. Die Texte der Bibel sind keine Rätsel. Die Bibel besteht nicht aus geheimnisvoll verschlüsselten Bildern, die man nur mit viel Fantasie ausdeuten kann. Nicht aus Metaphern, die man jetzt zum Leben erwecken muss. Denen man gar Leben einhauchen muss. Sondern die Worte der Bibel haben einen klaren Sinn. Eine eindeutige Bedeutung. So wie dieser kostbare Ring mit den blitzenden Diamanten und der eindeutigen Botschaft. Die Reformatoren haben diesen klaren Sinn, den Literalsinn genannt. Den Wortsinn. Das heißt, die Texte sagen uns das, was sie uns wirklich sagen wollen. Darum geht es. Wir müssen bei der Bibel nicht nach irgendeinem Hintersinn, nach irgendeiner verborgenen mythologischen Bedeutung suchen. Sie redet Klartext. Das heißt, der Text der Bibel verfolgt eine klare Absicht. Die Bibel ist kein Steinbruch, aus dem jeder sich etwas aussuchen kann. Der eine findet diese Geschichte schön und der andere jenes Gebet. Und dann lässt er sich inspirieren und erzählt seinen Zuhörern ein wenig und nennt das dann Bibelauslegung. Sondern Literalsinn bedeutet, jeder Text hat einen Autor. Einen Autor, der seinen Lesern etwas Spezielles, etwas Klares sagen will. Und der Literalsinn, das müsst ihr wissen, ist die ursprüngliche Bedeutung, die der ursprüngliche Autor seinem Text geben wollte. Das ist der Schatz. Dass Gott sich in Worten, die eindeutig sind, festgelegt hat. Und wenn ich den Text verstehe, wenn ich die Worte, die dort stehen, ernst nehme, dann weiß ich, was der Autor hier sagen will. Und wenn der Autor aufrichtig ist, dann kann ich dadurch den Autor kennen und in sein Herz schauen. Das ist die Basis der Auslegungspredigt. Und das Besondere an der Bibel ist, dass jeder Bibeltext immer zwei Autoren hat. Jeder Bibeltext hat zwei Autoren. Er hat einen Hauptautor, der den Inhalt bestimmt. Und das ist Gott selbst. Und er hat einen Assistenten, wenn ihr so wollt, der den vorgegebenen Inhalt mit seinen Worten akkurat, wahrhaftig und genau wiedergibt. Das ist die Basis der Auslegungspredigt. Jeder Text hat zwei Autoren. Und ein Autor, der Hauptautor, ist Gott. Und so hat es Paulus auch geschrieben in seiner berühmten Passage, 2. Timotheus 3, Vers 16, wo er sagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen ausgerüstet sei zu jedem guten Werk. Damit sagt Paulus, die gesamte Heilige Schrift, damit meint er an dieser Stelle zunächst das Alte, aber auch schon das im Entstehen begriffene Neue Testament, ist darin eingeschlossen. Hat Gott zum eigentlichen Autor? Und die menschlichen Assistenten, die dann Gottes Worte aufgeschrieben haben, die unter seiner Leitung gewirkt haben, die haben das, was Gott in der Bibel haben wollte, sorgfältig aufgeschrieben. Und deswegen können wir darauf bauen, jedes Wort der Bibel ist nicht nur das Wort des menschlichen Assistenten, sondern es ist zugleich das Wort, hinter dem die volle Autorität des Heiligen Gottes steht. So hat Paulus das in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 geschrieben, als er den Thessalonichern sagte, ja, es ist gut, dass ihr die Botschaft von uns Aposteln aufgenommen habt, Zitat, nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Und Petrus formuliert das ähnlich in seinem zweiten Brief, Kapitel 1. Hier beschreibt er, wie kommt eigentlich Prophetie zustande und sagt dann, 2. Petrus 1, Abvers 20, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist die Basis der Auslegungspredigt. Und das heißt, wenn ich den Assistenten richtig verstehe, wenn ich Paulus richtig verstehe, wenn ich Petrus richtig verstehe, wenn ich Markus richtig verstehe, dann habe ich auch die ursprüngliche Absicht des Hauptautors verstanden. Und das, liebe Freunde, macht die Auslegungspredigt so aufregend. Benjamin Warfield, der amerikanische Theologe, der sich intensiv mit der Inspirationslehre auseinandergesetzt hat, formulierte es so, er sagte, what the Bible says, God says. Was die Bibel sagt, sagt Gott. Was Paulus sagt, sagt Gott. Was Matthäus schreibt, schreibt Gott. Das ist die Basis der Auslegungspredigt. Wir dürfen wissen, die Bibeltexte wollen in ihrem Literalsinn, in ihrem Wortsinn verstanden werden. Und dadurch präsentieren sie uns, dadurch schenken sie uns Gottes ureigene Stimme. Gottes Wahrheit ist der Schatz. Aber dieser Schatz ist ein verborgener Schatz. Und jetzt greift unser Beispiel vom Anfang wieder. Und dieser verborgene Schatz muss gründlich ausgewickelt werden, damit man ihn genau ansehen, damit man ihn begreifen kann, damit man Gottes Stimme hören kann, damit man die klare Botschaft auch lesen und verstehen kann. Es ist alles da. Es muss nichts hinzugefügt werden. Es muss nur ausgepackt werden. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Und das ist das Herz der Auslegungspredigt. Die Basis ist der Schatz, der Literalsinn, Gottes Stimme, die wir dort in seinen Worten hören. Das ist die Basis für alles. Aber nun geht es an die Arbeit. Jetzt geht es darum, diesen Schatz zu heben. Und der Fachbegriff, den man dafür verwendet, lautet Exegese. Exegese ist ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie Auslegung. Man muss genau hinschauen, gründlich verstehen. Ich erinnere noch mal daran, dass John MacArthur als eine der wenigen Bedingungen seines Amtsantritts gesagt hat, ich brauche mindestens 30 Stunden die Woche, um an der Bibel zu arbeiten. Das Ziel ist eindeutig. Wir wollen herausfinden, was der Autor uns sagen will. Natürlich sind wir vor allem am Hauptautor interessiert, weil der der wichtigste ist. Aber wenn wir den Hauptautor verstehen wollen, müssen wir eben auch seine Assistenten verstehen, die seine Worte aufgeschrieben haben. Wir wollen wissen, was ist seine Absicht? Was sagt er? Und jetzt geht es an die Arbeit. Und ich will nur einige grundlegende Schritte hier kurz benennen, die bei dieser Arbeit wichtig sind, worauf wir achten müssen, wenn wir versuchen, diesen Schatz zu heben. Wir müssen zunächst einmal fragen, wo steht der Text? Wo steht der Text? Hier geht es um den großen Zusammenhang oder wie man das mit dem Fachbegriff Kontext beschreibt. Kontextus heißt eigentlich zusammengewoben. Und so müssen wir schauen, wie ist das Ganze hier zusammengewoben? In welchem Zusammenhang steht der Text? In welchem Buch? In welchem biblischen Buch steht der Text? Zum Beispiel bei einem Paulusbrief, in welchem Zusammenhang? Welche Rolle spielt Römer 8 im Zusammenhang des ganzen Römerbriefs? Welche Bedeutung hat es, dass die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 uns offenbart wird? Wo platziert das Evangelium die Bergpredigt? Was geht ihm voraus? Was folgt danach? Es geht beim Kontext zunächst um die Frage, in welchem Buch steht das? Und an welcher Stelle dieses Buches steht das? Und welche Aufgabe hat unser Text im Zusammenhang dieses ganzen Buches? Und dann machen wir den Fokus enger. Dann schauen wir, wie sieht es mit dem unmittelbaren Abschnitt aus? Welcher Text geht unserem Text unmittelbar voran? Welcher folgt unmittelbar darauf? Was trägt unser Text zu dem gesamten Gedankengang an dieser Stelle bei? Warum ist der ausgerechnet hier eingefügt? Warum wollte der Heilige Geist, das ist eine gute Frage bei der Exegese, warum wollte der Heilige Geist, dass dieser Text ausgerechnet an dieser Stelle in diesem Buch, in diesem Abschnitt steht? Wo steht der Text? Kontext. Wir fragen nach dem Buch, nach dem Abschnitt. Und dann gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und fragen, wenn das Thema klar geworden ist, über das der Text dort redet, was sagt die Bibel an anderen Stellen über dieses Thema? Gibt es etwas, was wir noch bedenken müssen aus dem großen Kontext der gesamten Bibel, des gesamten biblischen Kanons, was uns hilft, noch genauer zu verstehen, welchen Schwerpunkt unser spezieller Text an dieser Stelle betont? Das ist also das Erste. Wir fragen, wo steht der Text? Eine zweite wichtige Frage, die wir dann stellen müssen, lautet, wie arbeitet der Text? Wie ist die Argumentation? Wie ist er aufgebaut? Und es ist immer gut, wenn wir dann mit Leuchtstiften und unseren speziellen Markierungssystemen uns diese Dinge noch grafisch, optisch deutlich machen können. Und dann müssen wir zum Beispiel grundsätzlich zunächst unterscheiden, ist das ein didaktischer Text? Also ist das ein direkter Lehrtext, wie wir das in den Episteln haben, den Briefen etwa des Neuen Testaments? Oder handelt es sich um einen narrativen Text? Wird dort ein Ereignis berichtet, ein Geschehen berichtet? Und auch bei einem narrativen Text müssen wir ja fragen, was bei einem didaktischen Text sehr viel schneller und direkter entnommen werden kann. Was ist die Botschaft? Warum sorgt Gott durch den Heiligen Geist dafür, dass Markus an dieser Stelle dieses Ereignis in dieser Weise berichtet? Warum hat Gott das so gelenkt? Worauf will Gott uns durch diesen Text von Markus besonders hinweisen? Woran können wir das erkennen? Werden bestimmte Wörter vermehrt gebraucht? Gibt es bestimmte Auffälligkeiten in der Grammatik, die besonders hervorheben, was uns gesagt werden soll? Bestimmte Kernsätze, die immer wieder auftauchen. Also wir fragen hier, wie arbeitet der Text im Einzelnen? Ist es ein didaktischer Text? Ist es ein narrativer Text? Was sind die Tatsachen? Wie werden die Tatsachen berichtet? Und was können wir daraus über die Absicht des Autors erkennen? Denn wir fragen ja nach dem Autor, nicht weil wir Markus für einen besonders interessanten Schriftsteller halten, sondern weil wir von der Bibel das Versprechen haben, dass Gott durch Markus redet, dass Gott der Hauptautor jedes einzelnen Verses ist. Und dann gibt es auch poetische Texte, wie zum Beispiel in dem Psalmen, die vermehrt mit dem Mittel der Wiederholung, mit dem sogenannten Parallelismus Membrorum arbeiten. Und dann fragen wir, was sind die Schwerpunkte hier? Was soll uns dadurch deutlich gemacht werden? In diesen Parallelformulierungen ist der zweite Teil eine Verstärkung, eine Wiederholung, eine Weiterführung. Also wir müssen sehr genau hinschauen, wie der Text im Einzelnen arbeitet. Und Freunde, das kann man üben, das kann man lernen. Dabei helfen uns auch gute Kommentare. Ihr werdet über meine Homepage auch eine Literaturliste finden, die euch bestimmte Hilfsmittel empfiehlt, die ihr dafür verwenden könnt. Das ist nicht ein Vorgang, für den man fünf Jahre studiert haben muss. Natürlich, wenn man diese Dinge gründlich studiert, kann das durchaus hilfreich sein. Aber wir alle sollen ja mündige Bibelleser werden und versuchen hinzuschauen, wie der Text als Text redet, weil wir wissen, dass der Text so wortwörtlich verstanden werden will. Als didaktischer Text, als narrativer Text, als poetischer Text. Und wenn wir uns so in die Einzelheiten hineinwühlen, dann werden wir auf Punkte stoßen, die uns unklar sind. Bestimmte historische Zusammenhänge, die wir nicht genau verstehen. Wörter, deren Bedeutung sich uns nicht direkt erschließt. Geografische Fragen, die uns verwirren. Warum kommen sie von Ort A jetzt ausgerechnet zu Ort B? Kann das überhaupt funktionieren, wenn man liest, wie viele Tage sie unterwegs sind? Und nun ist es wichtig zu fragen, welche Klärungen verlangt der Text? Und ich habe festgestellt, dass die Dinge, die ich selbst nicht verstehe, auf den ersten Blick, ein guter Punkt sind, um anzufangen. Wir sollen den Anspruch haben, alles so gut zu verstehen, wie es uns in diesem Augenblick möglich ist. Wir werden nicht alle Fragen lösen können sofort. Aber wenn ich an einer Stelle stolpere, wenn ich diesen Text studiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass meine Hörer auch stolpern werden an dieser Stelle. Und dann lohnt es sich, dort genauer nachzubohren. Warum wird ausgerechnet dieses historische Detail hier berichtet? Welche Sitten, die in dem Umfeld dieses Geschehens geherrscht haben, muss ich möglicherweise kennen? Historische, sprachliche, theologische Einzelheiten. Welche Klärungen verlangt der Text? Und wenn Gott Gnade gibt, komme ich dann irgendwann zu einem Ergebnis, in dem ich meine Erkenntnisse zusammenzufassen, versuche unter der Frage, was will der Autor jetzt sagen? Ist es möglich, vielleicht in ein oder zwei Sätzen mal ein vorläufiges Ergebnis zusammenzufassen, das all diese Beobachtung über den Kontext, über die Argumentation des Textes, über die Details des Textes bündelt? Und dann kann man möglicherweise zu Lukas 18, Vers 9 bis 14, das Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer, mal eine erste Zusammenfassung, ein erstes Fazit bündeln, das so lauten könnte, Gott nimmt nur den Menschen an, der sich nicht auf seine Frömmigkeit verlässt, sondern als Sünder um Gnade fleht. Das ist ein Versuch, Lukas 18, 9 bis 14 zusammenzufassen. Gott nimmt nur den Menschen an, der sich nicht auf seine Frömmigkeit verlässt, sondern als Sünder um Gnade fleht. Bei unserem Beispiel mit der Perle und der Kurzbotschaft, da war das Ergebnis klar. Da war auch klar, was der Autor sagen wollte. Und damit haben wir den Schatz vorerst gehoben. Und jetzt sind wir gerüstet für den dritten Schritt, der noch folgen muss. Jetzt fragen wir nach dem Ziel der Auslegungspredigt. Ging es bei der Basis darum zu wissen, da ist dieser verborgene Schatz. Und Gott redet Klartext. Die Wörter sind so gemeint, wie sie gesagt sind. Und der menschliche Autor hat das geschrieben, was der göttliche Autor geschrieben haben wollte. So lernen wir dann zweitens beim Herzen der Auslegungspredigt bei der Exegese, den Schatz zu heben, genau hinzuschauen, uns mit angehaltenem Atem auf die Spuren des Autors zu begeben, ihm gewissermaßen über die Schulter zu gucken und so genau wie möglich zu verstehen versuchen, was er sagen wollte, warum er das, was er geschrieben hat, so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat. Und dann können wir den dritten Schritt gehen. Das Ziel der Auslegungspredigt. Ging es bei der Exegese darum, den Schatz zu heben, geht es jetzt darum, den Schatz auszuteilen, den Schatz austeilen. Und hier endet übrigens die Tragfähigkeit des Perlenbeispiels. Denn da galt die Botschaft ja nur diesem einen Adressaten, nur dieser einen Prinzessin. Sie musste die Botschaft hören, ich liebe dich. Aber wenn der Bibelausleger an dieser Stelle stehen bleibt, dass er sich darüber freut, dass Gott ihm in seinem Wort zuruft, ich liebe dich, dann bricht er den ganzen Prozess zu früh ab. Denn dieser biblische Schatz drängt darauf, nicht nur entdeckt zu werden, sondern weitergegeben zu werden. Und zwar in vollem Umfang. Wenn wir diesen Bibeltext predigen, wenn wir diesen Bibeltext auslegen, wenn wir ihn anderen Menschen weitergeben, dann wollen wir nichts von diesem Schatz verlieren. Und darum ist es wichtig, wenn wir dann nach dem Ziel der Auslegungspredigt fragen, und so gehen wir immer näher auf die Predigt zu, das ist euch bewusst, oder auf die Bibelarbeit zu, oder auf die Andacht zu, oder auf die Familienandacht zu, ist die entscheidende Frage, die wir stellen müssen, wie können wir diesen gefundenen Schatz jetzt vollständig in die Hände und in die Herzen unserer Hörer bringen? Wie können wir ihn gewissermaßen mit warmen Händen vom Schreibtisch, wo wir gearbeitet haben, und vom Laptop, wo wir gearbeitet haben, unserem Hörer in die Hand geben, sodass nichts von der Strahlkraft dieses Schatzes verloren geht. Jetzt geht es um diesen berühmten Brückenschlag vom Text zum Hörer. Wilhelm Busch, der bekannte Pastor und Evangelist aus den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, unsere Aufgabe besteht darin, eine Linie vom Text in das Leben der Hörer zu ziehen, eine Linie vom Bibeltext in das Leben der Hörer hinein. Und eine Leitfrage, die wir jetzt stellen müssen, lautet, welches Ziel will Gott mit dem Text beim Hörer erreichen? Warum hat Gott diesen Text so gegeben? Worauf zielt der Autor damit? Was will Gott mit diesem Text bei unserem Hörer erreichen? Man kann wieder ganz praktisch fragen, warum wollte Gott, dass ausgerechnet dieser Text in die Bibel kommt? Was würde fehlen, wenn wir diesen Text nicht hätten? Warum brauchen wir gerade diesen Text? Es gibt ja diesen alten Predigerwitz, dass ein Predigersohn sagt, mein Vater ist der tollste Prediger, der kann über einen Text zehn Predigten halten. Und da sagt sein Kumpel, ach du, das ist noch gar nichts, mein Vater ist ein noch viel tollerer Predigt, der kann über zehn verschiedene Texte immer wieder dieselbe Predigt halten. Und ihr merkt, wo das Problem ist. Wenn wir über zehn verschiedene Texte immer wieder dieselbe Predigt halten, dann finden wir vielleicht immer irgendwelche ähnlichen Wörter und nehmen den Bibeltext nur zum Anlass dafür, um das zu sagen, was wir sowieso schon wissen, was in den meisten Fällen auch biblisch okay sein wird, aber was nun nicht unbedingt speziell in diesem Text steht. Aber dann stehen wir auch in der Gefahr, uns dauernd zu wiederholen und unsere Hörer unterernährt zu lassen, weil wir sie das lehren, was wir schon wissen und kennen, aber weil wir den ganzen Reichtum, den Gott uns in seinem Wort gibt, gar nicht ausschöpfen. Aber wenn das gelingen soll, dann brauchen wir nach dieser entscheidenden Frage, mit welchem Ziel will Gott ausgerechnet diesen Text auslegen lassen, was will Gott mit diesem Text bei seinem Hörer erreichen, dann brauchen wir B, den Blick zum Hörer. Ein Predigtexperte hat es einmal so formuliert und diesen Satz kann man sich aufschreiben. Gott ist der erste Hörer der Predigt und der Hörer ist der zweite Text unserer Predigt. Das heißt, wenn du predigst, musst du bedenken, Gott ist der Erste, der dich hört und Gott ist der, vor dem du eigentlich Rechenschaft darüber abzulegen hast, was du predigst und wie du predigst und wie gründlich du auf deine Predigt vorbereitet bist und wie treu du predigst. Am Ende wird über dich, über sozusagen dein Zeugnis, was du als Verkündiger, als Ausleger bekommst, nicht entscheiden, ob die Leute dich gut fanden oder nicht, ob sie dich langweilig fanden oder interessant, ob sie dich innovativ fanden oder abgestanden, sondern es wird darüber entscheiden, was Gott über deine Predigten denkt. Gott ist der erste Hörer, das dürfen wir nie vergessen. Aber der Hörer ist auch der zweite Text unserer Predigt. Das heißt, der Predigtext ist entscheidend, weil der Predigtext die Wahrheit enthält. Aber wenn wir unsere Hörer erreichen wollen, ist es auch hilfreich, dass wir auch unsere Hörer studieren, dass wir uns auch Gedanken machen, zu wem predige ich diese Wahrheit, die mir vorgegeben ist. Die Wahrheit ändert sich ja nicht, aber wem will ich diese feststehende Wahrheit sagen und in welche Situation hinein? Was ist der Anlass dieser Predigt, dieser Andacht? Ist das ein regulärer Gottesdienst? Ist das eine besondere Feier? Ist das der Abschluss eines gemeinsamen Seminars? Was ist eigentlich der Anlass für diese Verkündigung? Und dann fragen wir auch nach der Zusammensetzung unserer Hörerschaft. Sind das in erster Linie Christen? Oder Menschen, denen das Evangelium noch ferner liegt und die sich noch nicht bekehrt haben, soweit wir das wissen? Ist das eine Mischung von Zuhörern? Wem sage ich das eigentlich? Und wir müssen, wenn wir über unsere Hörer nachdenken, uns klar machen, dass der Mensch zu allen Zeiten derselbe ist, ein Sünder, der Gottes Rettung braucht, aber dass unsere Zeitgenossen auch ganz spezielle Herausforderungen haben, die mit unserer Zeit zusammenhängen. Ich unterscheide da gern zwischen den anthropologischen Konstanten und den anthropologischen Variablen. Also die Konstanten, das ist das, was bei Menschen immer so ist durch alle Jahrtausende hindurch. Und die anthropologischen Konstanten sind wesentlich gewichtiger, dass der Mensch Sünder ist, dass der Mensch sterblich ist, dass der Mensch nach einem Sinn im Leben hungert, dass der Mensch Leiden fürchtet. Aber dann gibt es da auch noch die anthropologischen Variablen, unsere Zeitgenossen, die mit ganz bestimmten weltanschaulichen Herausforderungen konfrontiert sind, mit einer bestimmten Medienlandschaft, mit Moden. Und all das ist gut, einfach im Blick zu behalten, wenn wir zu unseren Leuten predigen. Der Blick zum Hörer. Und dann C, kommt der spannende Moment, wo es nun darum geht, alles, was wir gesammelt haben, an Informationen. Wir haben die Zielaussage des Textes. Und jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und sagen, wie können wir nun diese Wahrheit, die Gott uns da offenbart hat, die wir in der Exegese gefunden haben, wie können wir diese Wahrheit unseren Hörern sagen und in ihre Situation hineinsprechen. Und ich nenne das Mut zur Skizze. Da wird jeder seine eigene Vorgehensweise praktizieren. Bei mir kommt dann der Moment, wo ich mir ein leeres Blatt Papier nehme oder einen riesigen alten Briefumschlag, auf dem man schreiben kann, wie auch immer und anfange, eine erste Gliederung zu entwerfen. Sagen, worauf zielt das? Wie willst du ansetzen bei deinem Hörer? Und wie kannst du die Argumentation, die der Text dir vorgibt, am besten aufnehmen, dem Hörer erläutern und das, was Gott dort an Akzenten setzt, hineinsprechen in sein Leben. Mut zur Skizze. Und da ist es gut, immer wieder zu beginnen, zu probieren, wegzuschmeißen, neu weiter dran zu basteln und zu feilen und diesen Zettel hinzulegen und mitlaufen zu lassen. Manche machen es auch so, dazu gehöre ich auch, dass sie, wenn sie bei der Exegese sind, also noch beim zweiten Schritt und wenn einem dann schon erste Gedanken kommen, immer aufschreiben. Denk nicht, das fällt mir später sowieso noch ein. Das wird es in der Regel nicht. Schreibe alles, was dir an Gedanken, an Einfällen kommt, vielleicht auch, was dir an Beispielen schon mal vorsorglich einfällt oder an Zitaten schreibe es auf, notiere es auf einem Zettel, den du immer mitlaufen lassen kannst. Und dann kommt, wie gesagt, der Erste versucht, das Ganze zu bündeln und in eine Form zu geben. Und dann erwächst daraus dann ein hoffentlich klarer Aufbau deiner Predigt, eine übersichtliche Architektur, die die Inhalte, die weitergegeben werden sollen, gut erfasst, die auch nicht zu kompliziert ist. Und um zu überprüfen, ob deine Gliederung klar ist, stimmig ist, möglichst nicht zu kompliziert ist, empfehle ich gerne den kalten Eimertest. Und der kalte Eimertest geht so, lass dir nachts um zwei einen Eimer kalten Wassers im Schlaf über den Kopf gießen und wenn du dann aufschreckst, musst du in der Lage sein, den Grundgedanken deiner Predigt und die Verknüpfungen sofort überzeugend darzulegen. Dann hast du es verstanden. Dann hast du einen klaren Aufbau deiner Predigt. Der kalte Eimertest zieht immer. Und was wir unter Punkt E notieren, Jäger und Sammler sollst du sein, das bezieht sich nicht nur auf den Vorgang der einzelnen Predigtvorbereitung, sondern das sollte diejenigen, die verkündigen, die Textauslegungen erarbeiten, die Andachten halten, immer begleiten. Halt die Augen auf. Sammle, jage nach guten Beispielen, treffenden Zitaten, spannenden Berichten, auffälligen Statistiken, anstößigen Zeitungsartikeln. Sammle, was du sammeln kannst, wenn es dir in die Hände fällt. Und noch schöner ist es natürlich, wenn du das in eine gewisse Systematik bringst, wenn du dazu nicht die Zeit hast, pack es einfach in eine Kiste und wenn du dann dabei bist, deine Predigt zu entfalten und aufzubauen, dann kannst du einfach von Zeit zu Zeit diese Kiste mal durchwühlen und schauen, was könnte hier möglicherweise gut passen. Und wenn du in einem Buch, zum Beispiel in dieser Kurzbiografie von John MacArthur ein gutes Zitat findest, streich es an, ein gutes Beispiel, mach ihn dir klar und entweder du kopierst die Seite und packst es in deine Kiste oder du schreibst dir am Ende dieses Buches eine Seitenzahl hinein und das Stichwort, unter dem du dieses Beispiel suchen würdest. Sei ein Jäger und Sammler und schließlich der letzte Punkt in dieser Aufzählung, jede Stunde zählt. Jede Stunde an Arbeit, die du in deine Predigt steckst, in deine Andacht steckst, in deine Bibelarbeit, jede Stunde am Wühlen in den Einzelheiten des Textes, jede Stunde, die du feilst an deinem Manuskript, die du verwendest, um gute Bilder und Illustrationen zu suchen, die den Zusammenhang klar machen, jede Stunde zählt. Jede Stunde kommt deinem Hörer zugute. Und wofür willst du Zeit und Kraft und Mühe und Schweiß einsetzen, wenn nicht für diese wichtige Aufgabe? Du brauchst gutes Sitzfleisch und du brauchst einen ordentlichen Stuhl, auf dem du an deinem Schreibtisch sitzen kannst, lesen kannst, studieren kannst. Du brauchst Ruhe dazu und manchmal bist du müde, wie ich, manchmal wird es dich treiben, zu lesen und zu studieren und der Herr will uns durch all diese Phasen immer wieder hindurchführen, uns Freude geben an dieser Arbeit, Entdeckerfreude, denn wir haben ja einen Schatz zu heben. Und bedenke Folgendes, am Predigtmorgen oder am Abend, an dem du die Bibelarbeit hältst oder deine Andacht, für mich ist es eben das Wichtigste, der Predigtmorgen, weil meine wichtigste Aufgabe die Predigt am Sonntag ist, am Predigtmorgen, sage ich dir, bist du dankbar für jede weitere Stunde, die du in den Tagen oder auch Nächten vorher in dein Manuskript investiert hast. Wenn du da sitzt und das letzte Lied vor der Predigt kommt, dann dankst du Gott für jede Stunde, die er geschenkt hat, an diesem Manuskript zu arbeiten, an dieser Predigt zu arbeiten und dann gehst du mit zitternden Knien sicherlich, aber auch mit einer gewissen angespannten Vorfreude in diese Aufgabe hinein. Genau diese Haltung hat der Apostel Paulus seinem Schüler Timotheus ans Herz gelegt, als er sagte in 2. Timotheus 2, Vers 15, Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit Recht austeilt. Paulus sagt, sei ein exegetischer Malocher, häng dich rein und mach gute Arbeit und in diesem Bild, das Paulus hier verwendet, schwingt sein Brotberuf mit. Er sagt, wir sollen das Wort der Wahrheit gerade schneiden. Wir wissen ja, Paulus war im Nebenberuf Zeltmacher und wenn man Zelte zusammensetzte, kam es darauf an, dass die einzelnen Teile gerade geschnitten waren, damit man sie sauber übereinander legen konnte und das Zelt dicht war und so sagt Paulus, schneide gerade, sei gründlich, sei präzise, guck genau hin, damit du dieser kostbaren Aufgabe, dieser ehrenvollen Aufgabe, dieser kraftraubenden Arbeit, dieser manchmal nervenaufreibenden Aufgabe, aber dieser wunderschönen Aufgabe wirklich durch Gottes Gnade auch gerecht werden kannst. Diese Minuten waren der Versuch, euch einen Überblick, einen kurzen Überblick darüber zu geben, was Auslegungspredigt bedeutet und welche Schönheit in dieser Aufgabe liegt. Es geht darum, eine große Schatzsuche zu veranstalten. Das lohnt sich, weil die Basis der Auslegungspredigt darin besteht, das ist ein verborgener Schatz. Jedes Wort zählt und jedes Wort kommt von Gott, das er uns in seine Bibel hineingegeben hat, durch seine Autoren. Und der Sinn ist von Gott vorgegeben. Es gilt der Literalsinn. Es gilt nicht deine Fantasie oder meine bildhafte Ausdrucksweise, sondern Gott hat es vorgegeben. Das ist die Basis. Und das Herz der Auslegungspredigt besteht dann darin, diesen Schatz zu heben. Manchmal verheben wir uns auch an einem Text. Wir bleiben Lernende, solange wir von Gott an diese Aufgabe gestellt werden. Aber es ist gut, dass wir Brüder haben, die mit uns auf dem Wege sind, dass wir uns untereinander helfen und beraten können. Und es ist gut, dass wir auch von den Brüdern, die schon beim Herrn sind, einen reichhaltigen Schatz an Literatur zur Verfügung haben, um zu sehen, was Gott ihnen geschenkt hat und inwiefern das uns bei unserer Auslegung helfen kann. Und dann bist du gerüstet für diesen dritten Punkt, das Ziel der Auslegungspredigt. Dann geht es darum, den Schatz wirklich auszuteilen und zu fragen, was will der allmächtige Gott mit diesem Text, der uns objektiv vorgegeben ist, im Herzen meiner Hörer bewirken. Ich komme zum Schluss. Die Gemeinde Jesu lebt vom Hören auf die Stimme Gottes in der Heiligen Schrift. Und deshalb ist Auslegungspredigt kein Sonderthema für die Gemeinde Jesu, sondern es ist ein Überlebensthema. Als Luther in den schmalkaldischen Artikeln 1537 in Kurzfassung sagen musste, was denn die Gemeinde Jesu sei, da schenkt ihm Gott diese Formulierung. Denn es weiß, Gott lobt ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, also die Gemeinde Jesu, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Das ist die Gemeinde Jesu. Das sind die Leute, die ihres Hirten Stimme hören. Diese Stimme des Hirten ist der verborgene Schatz. Wir hören die Stimme des Hirten im Literalsinn der Bibel und nur dort. Wir hören die Stimme des Hirten in diesem Wort. Und deshalb, liebe Leute, lohnt sich alle Schwerstarbeit, die erforderlich ist, um diesen Schatz zu heben. Und es ist ein großes Glück, dann diesen Schatz an viele austeilen zu dürfen, die ihn genauso dringend brauchen wie wir. Damit sie auch diese Botschaft zu hören bekommen. Diese Botschaft, die heller strahlt als die schönste Perle und das reinste Gold dieser Welt. Diese drei Worte, die Gott uns in seinem Wort sendet. Ich liebe dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn du einen Praxistest machen willst und einige dieser Kategorien, die wir benannt haben, ausprobieren möchtest, anwenden willst auf einen Text, dann empfehle ich dir zum Beispiel Markus 8, Vers 1 bis 10. Das ist die sogenannte zweite Speisung im Markus-Evangelium. Und als Leitfragen können dir folgende Überlegungen helfen. Warum berichtet Markus zwei Speisungen? Und welche Bedeutung hat Jesu Mitleid? Das ist die einzige Stelle, wo Jesus ausdrücklich sagt, dass er Mitleid hat mit Menschen. Und welchen Unterschied macht es, ob Markus 8 von sieben Henkelkörben spricht und Markus 6 von 12 Brotdosen. Das sind Einzelheiten, die du klären musst, die du deinen Hörern erklären musst. Und du musst fragen, warum hat Gott es so gegeben durch Markus? Und was will er dir damit sagen? Wenn du eine Unterstützung suchst zur Beantwortung dieser Fragen, dann lade ich dich ein, auf die Homepage unserer Gemeinde zu gehen, beg-hannover.de. Dort findest du in einem großen Predigtarchiv auch eine Predigt zu diesem Text. Markus 8, Verse 1 bis 10. Du findest das schon heraus im Archiv zur Predigtreihe des Markus-Evangeliums. Und weitere Literatur und Links kannst du dann über meine Homepage wolfgang-nestvogel.de aufsuchen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du ermutigt worden bist, selber zu studieren. Es ist eine großartige Aufgabe, das Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Dafür sei dem Herrn anbefohlen.